Die besten Songs aus vier Jahrzehnten. Charivari 98.6 Hallo und guten Morgen hier live aus dem Möbel Höfner. Das ist der Frühshoppen mit den Kapplers. Das heißt, Gerald Kappler und Tatjana Engelhardt sind hier wirklich heute da. Zwischen 5 und 10 Uhr. Und es gibt so viele geile Aktionen. Unter anderem ein Frühstück mit Tatjana im Bett, das später eingelöst wird. Außerdem ein Verwöhnfrühstück, ein Weißwurstfrühstück. All das, was sie wollen und viele, viele tolle Aktionen, auch Rabattaktionen mit dabei. Und das Besonderste, sage ich mal heute, sind die Luftballons, die an jeden vergeben werden, der hierher kommt. Denn irgendwo ist ein 500 Euro Gutschein drin, der ist fürs komplette Haus dann auch zum Einlösen. Und was ich richtig klasse finde, einmalig die Kunsteisbahn. Und die, die schauen wir uns jetzt an. Mensch, hier sieht es ja richtig klasse aus in der Küchenabteilung von Möbel Höfner. Da habe ich ja gleich ganz, ganz viele Fragen. Aber das ist ja perfekt, dass Sie da sind. Hallo, Simone Leuchauer, die Hausleitung von Möbel Höfner. Ich grüße Sie. Wie viele Küchen sind das denn jetzt hier? Wir haben hier über 180 Küchen in der dritten Etage, hier bei Möbel Höfner in Fürth. Und alle Farben, alle Formen mit dabei. Das ist ja perfekt. Ich muss weiter. Ich bedanke mich. Es geht nämlich jetzt zur Kunsteisbahn. Hallo. Einmal bitte die Schlittschuhe in Größe 44. Einmal die Schlittschuhe. Perfekt, vielen Dank. Das ist sie übrigens, Frankens höchste Eislaufbahn. Ideal, auch für den Kaiser, für Franz Beckenbauer, der deswegen extra heute hier ist. Ja gut, das ist richtig. Genau, warum immer zu Hause die Badewohnen einlassen. Das ist ein Schmarrn, ja. Da laufe ich lieber hier. Da habe ich mehr davon. Ich übrigens auch, weil ich habe mir das Ding jetzt für 10 Minuten gemietet. Extra für mich. Und für Sie auch. Ganz ehrlich, Eislaufen auf der Eislaufbahn ist echt spitze. Aber es macht eben auch ein bisschen müde. Mir aber nichts aus, weil ich bin ja vorbereitet. Ich habe mir schließlich hier ein Bett organisiert. Aber da ist schon jemand drin. Was macht ihr denn jetzt hier? Hallo, guten Morgen. Und das ist ja auch die Tati. Tati, was genau findet hier statt? Das ist das Frühstück bei Möbel Höfner im Bett. Das Champagner-Frühstück. Und das konnten unsere Hörer gewinnen. Und die Seebe hat das Rennen gemacht. Und was gibt es jetzt? Shambos. Und zum Essen? Frühstück. Na, ideal. Ich habe schon Weißwürste gesehen und auch Brezen. Also echt toll. Dann bleibe ich hier noch ein bisschen bei euch. Ich schenke es doch mal nach. Ah, wunderbar. Ein Kindheitstraum wird wahr. Ich bin übrigens Elias M. Balek. Nur zur Information. Ah, sehr schön. Und im Moment haben sich die Türen geöffnet. Mein Lieblingsöffner ist durch Steiner. Und wir sind schon zu spart wie ein Blitz. Dann kommt der Countdown von 3, 2, 1, 9. Ja, aber nicht nur hier können wir uns jetzt verwöhnen lassen, sondern auch noch das komplette Wochenende im Möbel Höfner. Unter anderem mit 5% Rabatt bei den Family & Friends Tagen und 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Übrigens Tati, ich will ein Kind von dir. Mein Gott, wir werden erst mal 18, Schatz. Die besten Songs aus vier Jahrzehnten. Schlari, Wari, 98, 6.